Musik Wir sind jetzt im 5. Level, Mann. Musik Einigermaßen in meiner Zeit Nicht supergeil, aber ein bisschen Musik Einigermaßen in meiner Zeit Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ups, ich kann den Affen sprengen. Das ist ein Loch im Boden. Der Lava sind Dinger zum Aufsammeln. Ich will ja, dass ich muss durchrennen. Oh mein Gott, okay, halt mal. Oh mein Gott, okay, halt mal. Okay. Was muss ich tun? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, halt mal. Oh mein Gott. 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 Ah, jetzt aber hier. Mit dem Schlüssel. Das war's. Das ist ähnlich wie Prüben. Nicht ganz, ich halte. Nicht ganz, ich halte. Nicht ganz, ich halte. Okay! Ich bin ja schon sag mal! Ja! Okay! Okay! Und die Türen dann gleich aufgehen, gleichzeitig. Und die Türen dann gleich aufgehen. Okay. Oh, wie komm ich? Ah, das ist echt. Nice. Muss das sein? Ohne Witz, die Gegner verfolgen einen so lang, dass man eigentlich immer jeden Gegner drücken muss. Ohne Witz, das ist das Leben, denn die laufen dann nicht unbedingt, weil die ganzen Get-Von an. Und so, die Rufen und so. Ohne Witz, das ist noch ein Zebra. Ohne Witz, das ist noch ein Zebrauch, das ist noch ein Zebrauch, das ist noch ein Zebrauch. Ohne Witz, das ist noch ein Zebrauch, das ist noch ein Zebrauch, das ist noch ein Zebrauch. Ohne Witz, das ist noch ein Zebrauch, das ist noch ein Zebrauch, das ist noch ein Zebrauch, das ist noch ein Zebrauch. Okay. Okay. Nice day. Untertitelung. BR 2018 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da hinten ist das Ende. Da hinten ist das Ende. Hier unten bei den ganzen Luten. Ramparts of Perdition. Wir haben es ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es 7 oder 8 gibt. Die Tür öffnen können, wieso gibt es überhaupt Tüten, die man nicht verschlossen sind? Oh, Gott, nein. Jeez. Und da stehe ich hoch, deswegen gibt es nicht. Oh, oh, das ist auch ein Ding. Alle, die fernkampfen können, müssen gesniped werden erstmal. Und sie ziehen nämlich irgendwann weg, wenn ich wenig Leben habe. Das ist gut. Warum ist die Tür zu... ...was kann ich denn hier machen? Es bleibt so, wie es ist. What? Warum? Ich weiß nicht, ob ich da rüberwürgen kann. Einfach so. Rüber sprinten. Ich glaube nicht, aber ich... ...noch gerade so. Rüber sprinten. Rüber sprinten. Rüber sprinten. Rüberkör- Rüber sprinten. Rüber sprinten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Ich hätte speichern sollen und konnte den Sprung. Ich dachte, vorhin hat das so geklappt, das brauche ich nicht speichern, da komme ich rüber. Und drin sind auch keine Gegner mehr. Man. Hätte ich das mal nicht gemacht. Was ist das? Warum geht das nicht mehr? Was ist das denn für eine Schiebung? Ohne Witz. Ohne Witz. Ah, jetzt nichts. Jetzt kann ich mir das tun. Hier lang gehen jetzt. Muss ich jetzt hier lang gehen? Das ist doch nichts, Mann. Wie lange rein, wenn er... Jetzt weiß ich nicht mehr. Das ist doch nichts. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Academy ist aktiviert. Ich hab mich aktiviert. Darüber laufen bringt mir nichts. Das ist nur so ein Stab. Der ist es mir nicht wert. Für uns ist es immer noch nicht auf. Schauen wir mal, wo wir jetzt rüberkommen. Warum komme ich da nicht mehr rüber? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Doch, mit ganz, ganz viel Anlauf. Wow. Hier war ich aber noch nicht. Also hier war ich aber. Ich bin hier zugezogen. Oh, hier ist auch nichts Süchtiges. Ah doch, doch. Da ist ein Schlüssel. Aber den Schlüssel kriegen wir nicht. Da muss noch was passieren. Aber ich glaube, die Tür da hinten kann nicht gehen, oder? Ja. Weil durch die Tür kann ich nicht gehen. Oh Gott, das will man. Ja, lieber jetzt als später. Das war, das sind sie aber richtig. Wie kommen sie nacheinander die Tür durch? Das war mir gut gesnipet. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ich brauche den blauen Schlüssel. Aber ich befürchte, ich brauche den grünen Schlüssel. Wir brauche den... Und ich habe mich nicht davon abgedrückt. Oh! Okay! Ich bin aber trotzdem nicht sicher, was ich jetzt tun soll. Map konsultieren. Da drüben. Aber ich komme da nicht hin. Ich habe gedacht, das wäre was gewesen, aber war es nicht. Ich hätte unbedingt vorher speichern sollen, wofür ich das gemacht habe. Dumm von mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gab es einen Schalter dafür. Hatte ich aber Glück, dass ich rüber gekommen bin. Damn. Das ist ein Ding. Da könnte ich nach rechts hüpfen vielleicht, aber was ich spiel mir aus. Cool. Das ist aber lieb. Ich habe wenigstens wieder Lebensbomber. ist das für ein Raum. Nein. Da ist ein Raum. Nein. Ja, der Säule. Komme ich da hin? Ich kriege die Säule? Ich weiß nicht, es war da. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, was er ist. Ich weiß nicht, was er ist. Im Moment ist er da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann ruhig gehen und gucken. Ich darf es mal sehen, in dem Raum hier oben. Ist der Teleporter scheinbar? Ah, vielleicht. Vielleicht. Das wäre jetzt der andere Schlüssel unten. Aha. Dass mir nichts bringt, weil mir... Mir fällt die Tür dazu. Oder? Ich glaube, mir fällt die Tür dazu. Ohne Tür. Eigentlich irgendwo? Da hinten. Wow. Okay. Jetzt die eine Säule unten, wo ich den Füßlein gesammelt habe. Das wär's gewesen, ja. Gibt's doch nicht. Ich hab mir niemals Wortschritte gemacht, aber ich häng immer noch fest. Ich hab den nie genommen. Wieso hab ich den nie genommen? What? Wie kann das sein? Ich hab den nie genommen. Ich hab den nie genommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Out! Oh no! Das ist nicht so wenig. Es hätten auch die Zauberer sein können, aber ich glaube. Oh cool. Hier ist dann gleich das Level vorbei. Und nein, das ist nicht. Nicht ganz. Ich denke, es ist ein Zuch, die wir sehen. Ich denke, es ist ein Zuch, die wir sehen. Oh Gott. Das ist ein Zuch. Oh, ich hab vergessen, mit dem Ding, wo ich eben eingesammelt habe, das geflugene Ding, mit dem kann ich kurzzeitig fliegen. Eigentlich hätte ich auch Dings zum, zu einer grünen Tür rüberfliegen können, ohne Händefeuer zu finden. Eigentlich kann ich da hochfliegen. Was denn von ist? Hallo, wie komme ich hier runter? Wie gehe ich runter? Hä? Wie kann ich sinken? Werkt noch, wie sinken? Ich schwöre jetzt, warum ich das noch auch? Jetzt ist es ausgelaufen. Der Knopf, der ist ducken. Der müsste doch eigentlich sein. War nicht. Die wh characteristic ist dann wiederkallen. Ich habe jetzt schon sehen, das verlinkt. Aber ich hatte meine Geräte, ich habe esulube��et. Das ist eine neue Erseine. Shut that bridge. Just let's the level here. Oh my god.